Der Prozess im Mordfall Benjamin Michael Lamb Wir alle werden daran zerbrechen. 911, welchen Notfall möchten Sie mehr... Fuck! Fuck! Mein Sohn ist gerade entführt worden! Fuck! Nein, Ihr Scheißjob ist doch wohl, meinen Sohn zu finden! Ihr verdammter Job ist es, meinen Sohn zu finden! Von den Produzenten von Saw Wir sind verständigt worden, weil in Ihrem Keller jemand geweint hat. War Ihnen noch nie nach Weinen zumute? Wer immer mein Kind hat, bitte tun Sie ihm nichts. Er muss nur wenige Minuten zuvor gestorben sein. Du hast meinen Sohn erwirbt. Tag für Tag dieselben Qualen. Im Bewusstsein dessen, was unser Sohn erleiden musste. Sind die Geschworenen zu einem Urteil gekommen? 25 Jahre bis lebenslänglich? Vielleicht ist er in 10 Jahren schon wieder draußen. Ich will das Schwein tot sehen. Darauf haben wir doch keinen Einfluss. Was willst du jetzt tun, Daddy? Was willst du jetzt tun, Daddy? Wie weit würdest du gehen? Oh mein Gott, oh mein Gott! Da drüben liegt er! Er lebt noch. Gott sei Dank. Denk an die schlimmsten Schmerzen, die dir je zugefügt wurden. Das hier wird um ein Vielfaches schlimmer. Wir werden nicht aufhören, dich zu quälen. So hat sich unser Sohn gefühlt, du Gottverdammtes Stück Scheiße! Okay. 1 2 Untertitelung des ZDF, 2020